17 Meter? 17 Meter, oder? Wir sind... Sag dir, ey, stell dir vor, der Typ ist ungefähr 1,70. Hä? Wo hast du die eben hier gezaubert? Mehr als 10 Meter. Ach so, ja. Auch keine Punkte. Sprengen! 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 Ich weiss ja, wenn die tot sind, lache ich die aus. Das ist voll schnell in der Wasser. Sprengen wirklich, oder was? Traus dich nicht. Traus dich nicht! Ich weiss Sie machen das, brechen sich das Knick. Stringen nicht wirklich. Klatschen wir mal alle. Mein Speicher geht leer, wollte ich schon mal so sagen. Die sollen jetzt nicht mehr springen. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Ich habe es aufgenommen. Alter. Ich habe es wirklich gemacht. Und dann springst du hierher. Ich will erst mal wissen, wo der hochgeht. Ja, an den Steinen können die irgendwie hochlaufen. Feuer? Aber euch nicht. Mach es schon. Ich will es der Polizei schicken. Ich speichere jetzt gleich leer. Ja? Lass mal eine Ohlerwelle machen. Komm. Hey. Los. Mach doch. Zit 30 30 220 Hof